Musik Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte eine Serie starten. Sie heißt die Weiße Herde und ich würde sagen, wir starten. Es waren einmal zwei Herden. Die eine Herde hieß die Weiße Herde. Sie hatten ausschließlich Weiße Pferde bei sich. Die andere hieß die Schwarze Herde. Sie hatten ausschließlich Schwarze Pferde. Alle gehorchten immer ihrer Anführerin oder ihrem Anführer. Aber in der Weißen Herde gab es ein Mädchen, das nicht das tat wie alle anderen. Aber jetzt seht selbst. So, jetzt bekommt Girlie noch die letzte Wache. Und dann ist es ein Schluss für heute. Mal gucken, wo sie steckt. Girlie! Girlie! Wieso meldet die denn sich nicht? Girlie! Wo ist sie denn? Girlie! Wo ist sie? Girlie! Sie müsste mich doch eigentlich schon längst hören. Girlie! Girlie! Majestät, Sie haben gerufen. Ja. Äh, nach Girlie. Du bist nicht Girlie. Du bist Snola. Ja, ich weiß. Aber ich habe eine Vermutung wieder, wo Girlie ist. Wo? Sie könnte mal wieder an der Grenze sein. Was an der... Dieses Mädchen. Wie oft habe ich diesem Mädchen gesagt, sie soll nicht an die Grenze. Snola? Du gehst jetzt sofort an die Grenze und holst sie wieder zurück. Ja, das mache ich, Majestät. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich werde mir dieses Mädchen noch vorknöpfen. Wie oft habe ich diesem Mädchen gesagt, sie soll nicht an die Grenze. Alle gerufen wirklich, außer die. Mein Gott, ist es denn so schwer, was zu verstehen? Ach, Girlie, hier, Girlie, da. Immer Girlie, Girlie, Girlie. Ich verstehe es echt nicht. Hier ist nichts gefährlich. Überhaupt nichts. Na gut, das hier ist schwarz. Aber ich stehe drauf, es passiert nichts. Und das hier ist weiß. Und das hier ist sowas. Ich bin auch ein bisschen schwarz. Aber ich bin auch nicht gefährlich. Was haben die noch? Ich bin schon erwachsen. Ich kann auch hier... ...bleiben und hier wohnen. Hier gibt es alles, was man braucht. Na gut, ich muss mir jetzt halt noch was suchen. Außer hier hat diese Grenze. Gibt es halt nichts. Aber ich habe da schon Pflanzen gesehen. Und das Wasser. Ich kann hier bleiben. Mich nervt das. Ich verstehe das nicht. Überhaupt nichts gefährlich. Nichts. Mein Gott. Jetzt. Nein, noch nicht jetzt. Erst wenn ich sage. Oder erst wenn sie sich umgedreht hat. Warte mal. Warte mal. Ich kann es schleichen. Hier ist überhaupt nichts gefährlich. Und was sind das eigentlich für Wachen? Ich dachte, wir sollen immer... Ach, was soll das? Lass mich los. Ach, nichts. Aua, nein. Lass mich los. Lass mich los. Das kannst du dir sparen. Lass mich los. Lass mich los. Nein, das kannst du vergessen. Sei da schuld, wenn man an die Grenze geht. Und wenn man sich nicht wehrt. Zwei sind stärker als eine. Nein, das stimmt doch gar nicht. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los, du Ungeheuer. Lass mich. Nein, nichts da. Du kommst jetzt mit.